Du tust sicher noch etwas zuschneiden, oder? Ja, ja, aber nicht allzu leicht. Also, jetzt habe ich hier eine Birkenrinde reingemacht, und zwar verkleinert. Und zwar nur die Rinde darf kein Holz mehr dran haben. Ich habe den hier reingemacht, klebt schon aufmachen, ist sau heiss. Wenn ich die Büchse öffnen kann, dann wird sie zeigen, was da drin ist. Und haben etwa 20 Minuten am Feuer. Giftig wie die Sau, die Dämpfe sollte man nicht reinatmen, außer man möchte eine Scheibe haben. Aber da gibt es schönere Sachen. Also, etwa 20 Minuten am Feuer, in etwa alle 3 Minuten habe ich das gedreht. Jetzt auch hier wieder wichtig, immer mit Gas verarbeiten. Jetzt füllt die Platin an. Jetzt alles weg, das ist der Hammer halt. Keine Ahnung, wo das Material geblieben ist. Die Büchse war randvoll, habt ihr ja gesehen. Hier kropft es ein bisschen. Jetzt werde ich das mal vorsichtig. So. Reinschauen kann man nicht. Kleben tut nichts an den, am Stock. Also, eigentlich sollte es gut sein. Jetzt werden wir sie ein bisschen auskühlen lassen. Inzwischen schauen, dass die Harzgeschichten da nicht anbrennen. Den möchte ich noch machen. Den spare ich mir noch ein bisschen. So. Was haben wir hier? Gescheite Werkzeuge wären top, oder? Aber, äh... Aber, äh... So, hä? Jetzt. Ein großer Felix-Taschenmesser. Schweizer Taschenmesser. Ich muss hier ganz schön arbeiten, immer wenn ich etwas für Felix mache, weil ich möchte mich schliesslich nicht blamieren. Ich muss da ein bisschen eine gute Falle machen, mit der Schnitzerei. Okay. So. Jetzt sollte hier nichts mehr reingehen. So. 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 Also, jetzt werden wir sehen, was da rauskommt. Kriegst du die zwei schönsten Verbrennungen. Also, jetzt scharniere ich hier mal. Oh, das sieht gut aus, hä? So. Ja. Also, alles was... Wenn du nicht mit Wasser arbeitest, dann klebt das an deinen Händen und, äh... und bleibt echt, klebt wie die Sauer. Da sieht man auch, außen ist es schon kühl, innen ist es noch brandheiß, also nur im Wasser arbeiten, dann kriegst du sowas. Das ist Birkenkleber vom Feinsten. Jetzt sollte es noch mehr drin haben. Ich wünsche mir, dass es noch mehr drin hat. Hatte ich gesehen, so viel kann noch raus. Die ist wirklich einfach wunderschön gelungen. Da ist alles, die ganze Birkenrinde verbrennt. Verbrennt eben nicht, sondern verkohlt und kondensiert. Schlussendlich hast du hier eine Kombination aus Birken-Teer und aus der Asche. Das ist eigentlich dasselbe, wenn man es im Zweitopfverfahren macht. Oben hat man dann die Kohle, die Asche, oder? Und unten hat man den Harz und dann kann man es wieder nach Belieben zusammenmischen. Und hier hat man alles in einem. Das nennt man, nenne ich Birken-Teer im Eintopfverfahren. Und das ist wirklich, das ist einfach Hammer-Material, oder? Das ist sowas von... Erste Sahne, die würde ich rauchen. Kannst du auf der Straße verkaufen. Kannst du sicher auf der Straße verkaufen. Nein, machen wir ja nicht. Das ist dann nicht alles. Tja, das was am Stock hießt, das klebt. Klebt saugut, oder? Und das werde ich am Feuer ein bisschen wärmen. Und fahrt so nach... Wie sagt man? Nach... Äh... 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 Diese Stück anziehen. So. Riech mal. Gut, super. Freut mich, he? Jetzt habe ich das. Das hier ist Birken-Teer. Und das hier ist Fichtenharz mit äh... Mit äh... Kohlestaub. Gemischt. Sieht eigentlich ähnlich aus. Den kriegen wir auch noch feiner hin. Und äh... Hier habe ich mal so... Ein bisschen von dem Fichtenharz angeklebt. Oder hier klebt der Rest, oder? Also... Klebt schon ganz gut, oder? Wenn ich den mit dem Fingernagel... Den da weg machen möchte... Geht schon, aber... Ist schrein. Aber wenn ich hier was rein kleben möchte... Klebt. Hundertprozentig. He? So. Freut mich. Also, ich werde jetzt hier noch ein bisschen weitermachen. Weil äh... Ich habe am Montag, am Dienstag habe ich eine Schulklasse. Mit 70 Kindern mache ich äh... Steinzeitmesser. Die Steine habe ich schon. Und jetzt äh... Muss der Teer noch her. Den werde ich machen. Hier im... In dieser Schale... Der köchert schon den nächste... Äh... Äh... Der nächste... Fichtenharz. Der köchert hier ein bisschen. Vorsicht hin. Hier habe ich eine Dose. Mit Loch. Die werde ich nachher auf eine neue andere Dose stellen. Und das Ganze abgießen. Dann bleiben die großen... Holzstücke draußen. Das können wir nachher noch zusammen machen. Der geht schon ab hier. So. Also. Ich melde mich wieder. Und äh... Keine Ahnung. Babe. Sorry.